Schau mal, ob es hier noch irgendetwas gibt. Ah! Ach, habe ich Painkillers aufgenommen? Das finde ich gut. Ich glaube, ich kann mal in den Aufzug hier gehen, oder? Bringt der mir irgendwas? Ab nach oben. Wenn ich eine Sache gelernt habe, seit ich in Sao Paulo war, war es, dass ich und die lokalen Elevator nicht ein guter Mix waren. Was für eine krasse Waffe. Die verzieht aufs Übelste. Was geht denn hier ab? Okay, hier bin ich anscheinend nicht richtig. Ich mach mal darüber. Was für eine krasse Waffe. Die verzieht aufs Übelste. Was für eine krasse Waffe. Die verzieht aufs Übelste. Was für eine krasse Waffe. Die verzieht aufs Übelste. In Deckel. Ist ja ekelhaft wie die verzieht. Ich will überhaupt nicht mitspielen. Ich mag sie nicht. Ich will eine andere. Ich will eine andere Waffe für mich. Hier ist auch noch einer. Was habe ich die denn jetzt wieder getan? Schieß. So gehts. Ich hör schon wieder stimmen. Wo denn? Ah, da. Ratatatatatata. Ih, ich will immer noch stimmen. Frage ist nur von wo. Wo seid ihr Schweine? Ich mag euch nicht. Gebt mir wieder die Waffe. Boah. Ey, gut, dass ich jetzt noch, äh... Oh, nein. Geh in Deckung. Geh in Deckung. Geh in Deckung. Warum kommt jetzt... Jetzt ausgeregt dieser Affenarsch. Ich hasse ihn. Und er ist tot. Haha. Geil. 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 Erstmal einen Painkiller draufnehmen. Ich töte mehr Töten als Cholesterol. Und noch kein Becker. AUP. Das waren die Leute, die in Panama gefahren sind. Und was war das? Haben die brasilianische Töte ihnen über die Geld gebeten? Ha. Die schweren Haien, die direkt mal getötet. Ich finde das so gut gerade. Einen dummen Spacken weniger. Ich geh jetzt einfach mal hier raus. Ich wusste noch nicht, wie ich von mir selbst in New Jersey trinkt habe, bis in Brasile zu verletzen. Aber das war, wo ich war. 5.000 Kilometer von einem Haus, wo ich nicht zurückgekommen konnte. Auf einer anderen Suizidermission, um ein Mist zu verletzen, das nicht sogar meins war. Es macht Spaß hier so Amok zu laufen. Ist doch was Feines. Hat jetzt einfach keiner gehört. Ich hatte meine Karriere in der Strecke verletzt. Jetzt war nicht der Zeit. Nichts gut. War da noch einer? Nein. Boah. Gut, dass der gerade geschossen hat. Das hätte auch ganz anders gerade ausge... Nein, nicht die Waffe. Bist du das Wahnsinn? Ich hasse diese MP. Ich fühle mich als ob ich nie das Ort verlassen würde. Wie einer dieser Nachtmärkte, wo du immer raufst und raufst, nur um herauszufinden, dass du dich selbst schaffst. Jetzt muss ich gerade was gucken. Das sah nämlich so aus, als gäbe es die Waffen. Find ich gut. Waffen sind immer gut. Ah, okay. Die Waffe habe ich. Sogar mit ein bisschen Schuss. Das ist noch besser. Ah. Das war nicht gut. Ich musste einen Weg aus dem Stairwellen finden. Mit Fast meinst du wahrscheinlich ganz, ganz schnell. Ja, es ist nervig hier. Aber hier geht's raus. Hä? Was ist dein Ernst, oder? Komm ich da aus dem... Komm ich hier raus? Meine Augen und Halt haben gebrannt. Aber zumindest konnte ich respirieren. Ich durfte herausfinden, welche Richtung ich in der Richtung bin, als ich etwas mehr Brasilianer Architektur herausgefunden habe, die nicht für die amerikanische Physik zu vertreten haben. Das war ja so klar. Wow. Einfach liegen bleiben, genau. Hab ich denn hier schon wieder gelandet? Oh Gott, ganz viele Computers. Ja, Computers. Habt richtig gehört. Da war es. Da war es, die Tape aus dem Bronco-System-System-Bronco-System. Ich hätte die CD ja jetzt mitgenommen, ne? Aber Max Payne braucht sowas nicht. Moment, was gab's hier? Ich kann Fernsehen gucken. Ist nicht dein Ernst? Nee. Nee, 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 nee. Ich will jetzt kein Fernsehen gucken. Danke. Ich habe es genug gesehen. Es war Zeit, um dieses Schmerz zu Ende zu bringen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich muss Menschen töten. Auch wenn ich gerade nicht weiß, wo ich hin muss. Ah. Wow. Ah, Alter. Ich bin bei euch nur im kranken Kopf vor. Alter. Ist ja mal ekelhaft. Alter. Was ne Party. Hab ich denn getroffen, ne? Na. Jetzt aber. Komm, einer von euch beiden muss ausstehen. Nein. So ein Headshot ist, äh, dezent tödlich. Fuck. Gab sie keine krassen Waffen oder so? Ist hier noch irgendwas? Nein. Scheiße. Okay. Muss ich jetzt mit der Waffe auskommen? Ich schaff das. Ich schaff das. So, und direkt einfach mal in die Zeitlupe springen. Und alles abschießen, was mir vor die Flinte kommt. Nachladen. Weiter drauf. Du, dich doch nicht so schwul. Nachladen. Na, okay, ganz da hinten hockt irgendwo einer. Und hier vorne ist auch noch ein. Hannes. Der ist weg. So, jetzt bricht ganz hinten den. Da is' er. Sauberer Arbeit. Sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Die nehm ich mir mal mit. Besser als nischt. I couldn't get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't gonna find any... Hey, pal. Nice to see you. Vai pra casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. Then you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu Camarada. Ah! Alter, is it in Ernst? Haha, ich liebe es! Ratatatata! Komm, macht alle mal... ...ne Fliege hier. Ich glaub, das war's mit euch, ne? Lebt noch wer? Über Bügen lebt noch wer? Oh, 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 oh. Was ist mit dir? War's das? Nein, das war's noch nicht. Lebt der noch? Nein, er ist tot. Ach, da drüben bist du. Dich konnte ich ja von der anderen Seite nicht sehen. Aber das war's auch mit dir. Jetzt ist die große Frage... Wow, was sieht jetzt ab? Jau, Hauptsache hier, spielt überhaupt nichts verrückt. Alter, kommt mal klar auf euer Leben. Kann man hier durchschießen? Keine Ahnung. Ich bin eh gleich hinüber. Gibt's hier noch irgendwas? Nein. Okay, ich muss so klarkommen. Ich werde sowieso gleich sterben. Nein, ich bin blind. Ich bin blind. Mega, nein, ich bin blind. Und du mir bist dasselbe. Du bist zum Ding! Du bist zum Ding! Ich brauch andere Waffen. Ich komm mit der hier noch gar nicht klar. Ah ne, mit der komm ich noch weniger klar. Lass ich's mal bei der gerade. Schrotflinte muss auch mal sein. Tür auf! Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Ich komm mit Schrotflinten und der MP Dingsbum, ist nicht klar. Ganz offensichtlich nicht. Wah, 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 da war ein Scharfschützer. Da oben! Ei! Wenn du mich schon an wie siehst, solltest du mich auch mit dem ersten Schuss töten. Und nicht erst mit dem fünften oder so. Kommt nicht gut für euch. Kommt einfach nicht gut für euch. Gibt's hier irgendwo Energie? Fuck. Wer schießt denn da auf mich? Ne. Nachladen im Sprung ist, äh, im, 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 im... Beschossen werden ist nicht gut. Nix gut, das ist. Aber der einzige Freund, den ich in der Stadt hatte. Auf ein neues. Jetzt wissen wir, wo die Gegner kommen. Da zum Beispiel. Und da zum Beispiel. Sollte es jetzt, glaub ich, gereicht haben, um sie auszuschalten. So viel abartig Schaden fressen sie nicht. Wow. Er ist unfair von zwei Seiten. Alter, wo kommen die ganzen Typen schon wieder her? Viel zu viele. Vor allem der ist da auch schon wieder. Na, komm her. So. Jetzt gibt mir mal ne Waffe. Ja, die da zum Beispiel. Munition. Hab ich auch noch ein bisschen. Medipack hab ich keins, aber das überlebe ich. Hoffe ich mal. Wir haben da... Oh. Der ist grad einfach mal aufges... äh, hingespawnt. Oh, fuck. Das Nachladen bringt mich irgendwann noch um. Komm hoch. Das waren doch nicht alle. Das waren definitiv nicht alle. Was seid ihr denn? Ich warte ja quasi nur auf euch. Da ist ein Medizinschrank. Keine Gegner... Uah. Alter. Dass die auch immer so kurzfristig erscheinen müssen. Es ist ekelhaft. Glückwunsch... Ich war nicht der einzige Kumpel mit einem Pilleproblem. Oh, fuck. Ich bin doch kein Zielobjekt hier. Spinnt ihr denn komplett? Ich glaub ihr spinnt, oder? Ich sollte nicht auf mich schießen. Ich bin kein Zielobjekt. Nix mit Zielübungen, dies, das. Lass mich in Ruhe verdammt. Ich will hinter die Säcke da. Äh... Die sind stabiler als dieses Holz... Verschnittgedöns hier. Wo ist noch einer? Da rechts. Ah, der letzte. Wie gesehen, wie er die Augen zusammengekniffen hat beim Zielen. Sehr cool gemacht. Ah. Ich hab die goldene RPG. Nice. Das gefällt mir immer stark. Uah. Ne? Du, lass mal. Heute nicht. Ich bin nicht in der Stimmung für das Spielchen.